Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier Glocke und wenn es will, richtig, heute gibt es mal wieder Fortnite, alle zwei Wochen, Donnerstag 17.30 Uhr hier auf meinem Kanal Fortnite, ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, lasst Dapo da, schau, bis zum nächsten Mal, aktiviert die Glocke, und ansonsten, los geht's. Ähm, hm, yo, einmal den Busfahrer bedanken, und ja, wo gehen wir raus, ich weiß es nicht, ich habe die Karte immer noch nicht vor dem Blatt entdeckt, sehr schön, alle zwei Wochen, aber ey, ich weiß immer noch nicht, was hier los ist, ähm, ja, ich bin auch immer noch sehr stark am COD-Dram, wenn ich ehrlich bin, ich würde sagen, wir gehen mal hier runter, und hoffen, dass wir länger als 10 Minuten überleben, ich meine 3. Wurde ich sagen muss, es ist ein wunderschöner Grünton unter uns, also wirklich wunderschönes Grün. Ah, guck mal, ein Campingpark, ja, da gehen wir mal runter, ich glaube, das ist gut, ich hoffe, hier kommen nicht noch andere runter, aber, es sieht gut aus, aber auch geil, ein Campingpark, äh, gegen eine Tankstelle, Campingpark, Campingplatz. Direkt neben einer Tankstelle, das hat schon was, wenn das nicht Luxus ist, dann weiß ich auch nicht weiter, ja, ich, das, oh, nee, die Pump, okay, ist das eine, ja, Ausrüstung, was ist das, Taschenbunker, ah, das ist der Bunker, ja, und eine Pump, mit der ich nicht umgehen kann, kein Problem, weiter geht's. Oh, eine Pistole nehme ich natürlich mit, weil das kann nicht schaden, markieren wollte ich gar nicht, oh, die nehmen auch mit, die ist auch ganz gut, yes. Ich höre Schüsse, ich möchte aber ein bisschen Loot noch. Oh, nee, danke. Okay, wir mischen uns mal ein, mal gucken, ob das sowas bringt. Ob ich überhaupt da hinkommen, wo geschossen wird, und es ist außerhalb der Zone. Also, hier hören wir als Schüsse, ich würde nur sagen, wir mischen uns ein, entweder sterben wir oder wir überleben, wir sehen es gleich. Die Leute, was sind hier denn? Das ist eine ganz dumme Idee, was ich mache, aber... Ein kill habe ich abgestaubt, wo sind die anderen? Da, komm ein bisschen näher, ich sehe dich nicht. Das war eine ganz dumme Idee, oh, ich muss nachladen. Oh, wie gut, dass er zuletzt den Bot angeschossen hat, danke. Also, wenn er mich jetzt jagt, habe ich ein Problem? Ja, hier, ja, nicht. Okay, es ist gut, es ist gut, kommt, die verziehen uns. Es ist gut, 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 es ist gut. der bot ja das ist doch nicht kann man ihn töten lassen wir es mal der schießt ein bisschen scharf ok weg wir sehen uns in der nächsten ich meine nächsten fall wieder nächsten kontakt das war auch einmal so schlecht irgendwie gar keine muni und 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 Ja das brauche ich, setzten wir auch mal einen, brauche ich jetzt im Umkehrschluss eigentlich noch ein paar bessere Waffen. Ein bisschen mehr Muni, eigentlich habe ich nichts für einen direkten Fight, das gibt nicht. Brauche ich jetzt eigentlich noch ein bisschen Muni, das ist nicht gut. Hinten wird immer noch gefaltet, faszinierend. Okay, irgendjemand ist hier bei mir, ich sehe keinen und ich brauche Muni. Nein, Mann, öffne doch die Kiste. Okay, ein bisschen Muni habe ich. Nein, passt nicht mehr rein. Scheiße, ich habe keinen MP-Muni. Was hat die mal auf mich geschossen? Seltsam. Okay, wir haben schon wieder Schüsse, ich denke mal ich gehe mal mit drauf, mal gucken, ob ich sterbe. Ein bisschen Muni habe ich ja, jetzt nicht viel, das ist nicht gut. Muss aber wirklich von sehr nahem schießen. Das kommt wieder außerhalb der Zone, oder? Ähm, Problem ist, dass meine Waffe nicht tödlich trifft. Alter! Ich wollte gerade sagen, Problem ist, dass meine Waffe nicht tödlich trifft. Ich habe nicht mehr sehr viel Muni. Das ist nicht gut, also ein Fight ist eigentlich das dümmste, was ich machen kann. Wo ist der? Wo ist der? Ah, da hinten! Ja, also ich würde versuchen, um dran zu gehen, ohne zu sterben. Ich hoffe, dass da nicht noch irgendeiner schießt. Ich habe eigentlich keine Muni für den Zweikampf. Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich lieber auf Abstand gehen sollte, aber da ist noch einer. Komm, wir verpissen uns mal, aber ich habe nicht genug Muni. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Kontakt wieder, ich brauche mehr Muni. Wow, das ist jetzt nicht gut. Hallo Kontakt, das ist nicht gut, wer schießt da? Hallo! Jo, nicht schießen, ich habe keine Muni. Scheiße! Okay, ich weiß nicht, ob der sich mit mir anlegt, ich versuche mal abzuhauen. Ich habe einfach keine Muni. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Entweder mit dem Fight oder beim Sterben. Oder? Nein, das war eine dumme Idee. Ne, ich jetzt schneller? Ja, das ist gut. Toll, ich habe aus dem Hammer gehört. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir sind gleich tot, aber ich bin mir nicht sicher. Oh Mann, ich höre schon, ich hoffe, er hat mich nicht bemerkt, aber ich habe ein bisschen Muni. Also wenn wir jetzt sterben, sterben wir, ich weiß es nicht. Weißt du, hier gibt es nicht mehr Muni. Okay, ich muss hier raus, ich hoffe, ich sterbe nicht. Okay, wie komme ich noch hier raus? Hier. Okay. Es ist nur Riss, nur Fun, ich höre da jemanden. Oh Mann, ich glaube, das ist unser letzter Kontakt, Freunde. Alter, wie dumm ist. Also, ja, das war es jetzt. Mit dem Video ist ein kurzes, knackiges Video. Drei Kontakte gehabt. Tödliche. Ich weiß nicht, was ich sagen sollte. Der eine, der mich zu der Zwecke gehauen hat. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wie. Warum gibt es diese super Attacke? Warum hat die Person eine Chance? Wieso habe ich daneben geschossen? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich weiß es nicht. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Guten Morgen, noch besseren Abend. Schaltet in zwei Wochen wieder ein. Und es heißt Donnerstag, 17.30. Fortnite. Fortnite. Untertitelung des ZDF, 2020